Ich möchte gleich mal anfangen mit einem Minecraft Let's Play, deswegen entstehe ich mal jetzt in eine komplett neue Welt, nenne ich Minecraft Let's Play, Spielmodus überleben, weiter wird Optionen an, Startart, schieb Krauss und Rollstuhl aus und den Seedless Player. Das kann ich jetzt so weiter einfach ganz normal machen, und ich werde dann ein paar durchschnittlich 15 Minuten aufmachen, und ich werde erstmal hier in einer Ebene gespawnt, wo es zu einem Junk, wo es zu einem, wo es zu einem Sumpf geht, und ein Lavasier an der Oberfläche, das ist auch schon mal was süßes, ein Lavasier an der Oberfläche. Ein Lavasier an der Oberfläche, und das erste, was mir zu wenig macht, ist Holz. Jetzt packt er ein wenig herum. Der Schoss sagt kein wenig herum. Der Schoss sagt vielleicht muss sich bitte weggehen. Der schoss sogar den Abbau. So, jetzt mal ein paar Holzblöcke, die sich auf Inventur platziert und etwas Kitz. So, jetzt mal eine Spitzhattel aus Holz bauen, wir haben schon eine Spitzhattel und auch eine Achse aus Holz. Jawohl, abonniere ich eine Lama. Das ist so eine Schwierigkeit, friedlich. Die haben wir in den ersten Tagen verlassen. Ein Baum noch. Das ist so blöd, dass ich das verzögert habe. Weg! Weg machen das Holz. Was ist das hier unten rein? Und das Wasser hinein. Schafe sind hier auch schon mal gut. Heize Wolle. Ich habe jetzt hier 16 Eichenholzer und eineinhalb sechs. Ich habe hier etwas zu bleiben. Ich habe hier ein bisschen Lava. Hier ist auch ein bisschen Wasser. Also Wasser und Lava. Ich habe hier ein bisschen gebraucht. Ich habe hier ein bisschen gebraucht. Ich habe hier schon gebraucht. Dann müssen wir diesen Set noch verbauen. Ich habe hier ein bisschen gebraucht. Ich habe hier ein bisschen gebraucht. Ich habe hier ein bisschen gebraucht. ich lasse das Haus am Anfang von zwei Blöcke hoch ich brauche noch ein bisschen mehr Holz jetzt geht das natürlich sofort weg mir wird sich dann wieder mit Holz normalisiert ich brauche noch mal ein bisschen mehr Holz so der erste Tag wo ist die Sonne dann noch und jetzt direkt über mich so jetzt brennt hier alles ab es liegt noch eine Woll rum und ein brauner Pilz was brennt hier alles ab brennt hier alles ab wieder offenbar ist mein Haus und angegriffen wird jetzt mal zwei Schwerter sondern ein Schwerst machen würde ich noch ein Schaf töten können und dann habe ich drei drei Wolle habe ich hier noch scharf in der Nähe ja die habe ich noch scharf in der Nähe da ist auch noch ein Schaf aber ich brauche nur drei Wolle Eisen habe ich noch nicht weil ich mich in mein Bett dann werde ich mein Bett platzieren ein Schwerter eine Schwerter ein Schwerter und das ist ein Schwerter und das ist ein Schwerter aufreißen, reißen wir den Boden auf, das Bett wird schweben bleiben, das Bett schwebt, so, im nächsten Zeichen wir wollen dann noch eine Mine einsparen, das ich da sozusagen Dann machen wir Rohstoffen wie Eisen, Gold und so weiter als Schraubenzahn. Das Holz wird so gut in den Reichen. Dann nehmen wir noch mal das Blech hier. Weiß ich auch noch mal raus. Die große Sonne, die ist da, also hab ich noch ein bisschen Zeit. Ich kann auch noch ein bisschen Holzack kaputt gehen. Oh, ein Upgrade, der P2. Zwei Upgrades, das auch gut. So, die lausende Tauschen wir sonst noch ein bisschen ausbauen. Ich baue das Haus später noch mal aus. Das wird erstmal Notunterstück, sag ich mal, für den ersten Tag. Da kann man auch leicht überfallen, deswegen will ich hier Erde hinhauen. Das ist viel. So ist das jetzt mal zugemacht. Kleiner mit dem Holz. Ich werde jetzt nicht alles umwandeln, sondern nur ein Teil davon. Also... Also ich glaube, das ist auch so wie sonst hier. Ich muss jetzt hier um eins nach unten setzen. Hier sehen wir den Boden. Hier machen wir später. Und wir werden erstmal warten, bis ich ein bisschen schlafen kann. Dann werden wir uns den ersten Tag enden. Ich baue hier meine Mine rein. Hier soll die Mine hin. Ich brauche ja auch ein bisschen Steine noch. Ich brauche ja auch ein bisschen Steinen in den Ofen. Und die Fackeln. Wenn ich eine Kohle finde. Hier sieht man sehr duster. Ich brauche acht Steine dafür. Habe ich jetzt mal mehr als acht. Zehn Stück habe ich irgendwie. Jetzt kann ich nämlich auch Fackeln erstellen. Ofen einsetzen. Das ist ein Brennmaterial. Jetzt kann ich mal zwei Stücke verbrennen. Drei. Das... Ah, so ein Holz... Ding... Eigentlich in einem... Holzbrett reicht für... Drei. Also zwei reichen für drei Vorgänge. Eineinhalb Vorgänge. Muss man auch schon so wegnehmen. So... Jetzt habe ich Holzkohle. Jetzt habe ich Holzkohle. Das ist... Sieht darauf jetzt... Jetzt habe ich die Holzkohle und... Und... So kann ich ein paar Fackeln hinsetzen. Und... Mit Beginn des Schlafens würde ich... Art 1 beenden. Und... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist...